Ja Leute, was geht? Willkommen zur nächsten Folge von Minecraft 2. Ja. Ähm, genau. Hier, ich baue gerade Summers Haus zu, da Remis oder irgendjemand anderes es abgebrannt hat. Letzte Folge, ihr wisst ja. Fisch ist gerade noch nicht da, deswegen ist es auch komplett stiller. Der, um wie viel ist es jetzt stiller? Sehr. Sehr, gell? Sollen wir heute Minen gehen, weil... Ja, ich will lass meinen gehen, ja Mann. Ja, 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 okay, lass meinen gehen. Soll ich noch einen Tag, meinen Minecraft-Tag warten, oder sollen wir direkt gehen? Warte. Soll ich immer Tag ausmachen? Ja, lass doch auf die Fisch warten. Wieso ist friedlich? So. Ja, mach mal, mach jetzt was hart. Mach auf, ähm, ne, mach auf, ähm... Warte, gibt es, äh, ein Höhe... Warte, gibt es einen Schwierigkeitsgrad unter schwierig? Ja, normal. Ach so, schau, ne? Ach so, also es gibt nichts zwischen normal und schwierig. Ne. Ähm, ja... Also ich hätte kein Problem mit einfach... Dann mach normal, mach normal. Ja, hab ich, hab ich, hab ich. Ja, ich habe eine sehr schöne Aussicht. Ich habe auf jeden Fall mein Haus letztes Mal fertig gebaut. Wohl nicht, vielleicht nicht komplett fertig gebaut. Okay. Aber ein bisschen besser gebaut. So, Samo, du hast aber auch keine Genehmigung. Ich wollte... Ich will kurz mal hier schauen. Klär nicht in dein Haus rein. Komische Leute hier in der Lobby, außer ich. Ja. Das ist schon mal Cap. Cap Prime Eintritt nur für krasse Menschen. Also für mich, oder? Und die Glocke. Ey, hast du die Glocke geklaut von uns? Ja, was soll ich denn sagen? Hast du die Glocke geklaut? Nee, ich will nein, 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 nein. Die war aus... Die war vom Dorf. Die war vom Dorf. Okay. Dann hat dann die Glocke von dort anders geklaut. Boah, Samo, deine... Ja, Samo, da war ja auch. Ja, lass mal einen Fisch... Lass mal einen Fisch besuchen. Aber der hat ja nichts. Ey! Du hast keine Genehmigung in mein Haus. Reinzugehen. Samat, deine riesige Fläche hier nervt einfach. Ja, ne, der hat einfach nur eine Fläche. Der hat nicht mal ein Haus. Ja, einfach in der Mitte im Nirgendwo, Junge. Hier hast du doch so ein cooles Haus gebaut. Da kannst du doch einfach weiterbauen, oder? Hier. Hier, das da hier. Kannst du doch einfach weiterbauen. Weil die Fläche können wir abreißen, oder? Jo. Ich würde die Fläche abreißen. Aber wir können es als andere Sachen benutzen. Soll mir die Fläche abreißen? Weil die nervt da. Oder willst du die da behalten? Ja, komm, schlafen. Weil ich finde... Ich finde das nervt da irgendwie. Aber ja, das ist ja Samatsgrünschick. Sag mal, Samat. Soll ich es abreißen? Ja, könnt ihr abreißen. Gut. Also, ich hole erstmal mein Starfrau im Gefängnis. Ja. Deine Leine, oder? Nein. Ey, aber sag mal ehrlich, wer war das mit der Leine? Wer war das? Safesie Pficht war es einfach. Ja, denke ich auch irgendwie. Weil der ist ja da schnell weggerannt. Wo er dran war. Schnell zu seinem Haus, und da hat er es vielleicht irgendwo versteckt. Boah, endlich kann man hier normal laufen. Ja. Gleich. So. Er hat gesagt, er kommt in drei Minuten. Ja, okay, ich hole schon mal Essen, ja. Ich farme Essen einfach für alle. Ja, ich habe selber Essen. Ich habe ja so eine Weizenfarm. Aber ja, kannst du machen. Aber hast du genug, wenn du sprintest? Ja, ich habe gerade noch zehn Brote von meiner Farm. Das ist gar nichts. Ein Brot, drei, drei Minuten. Dann noch sechs Brote. Einfach ein Stack Fleisch für die Atme. Noch ein Stack Fleisch? Ja, ich weiß nicht. Lass ihn in eine andere Höhle gehen, als die da. Keine Ahnung. Oh, kann jetzt mitmachen. Ah ja, gut. Du hast mich ja mal komplett eingeholt. Obwohl wir die gleiche Steinspitzhacke haben. Ja, warum? Mein Inventar ist eh voll, das heißt, du kannst die Blöcke selber haben. Oh mein Gott. Ah ja, die Höhle füllen wir einfach aus. Und ihr braucht ja... Ah, ich brauche... Oh. Lol. Ich mache es einfach gut, schnell. Alter, wozu habe ich die Höhle da gebaut? Digga, seit diesem neuen Jahr ist es so warm. Ja, ist so. Ich hatte das letztes Jahr voll in eine andere Erinnerung. Aber auch schon so, manchmal ist es einfach so 14, 15 Grad. Ja, ja, jetzt gerade 12 Grad bei uns. Ich sehe es hier auf dem Computer. Ja. Und es ist halt einfach Januar oder halt Dezember. Ja, ist so, gell? Januar, Junge. Gestern war noch Dezember. Bin jetzt schon einfach 12 Grad oder so. Alter, Samad, die Fläche war so unnötig, finde ich. So. Du wirst dann mal kurz noch ganz Holt sein. Ja. Ja, ähm... Wo war das Nether-Portal? Das war doch irgendwo in der Nähe, gell? Ja, Samad, du kannst gerade weiterbauen, weil ich gehe mal kurz zum Nether-Portal. Ja. Die kommen dann gleich wieder. Ich glaube, das war irgendwo da. Ich war voll leise. Was? Bin ich voll leise? Ja, wenn ich eh leise bin und dann noch leise rede. Ja, schon leise. Da. Da ist das Portal. Achso, du meinst, irgendwie ist es generell hier leise gerade, oder? Oder was meinst du? Achso. Ja. Deswegen Fisch. Der hat hier die ganze Zeit immer geredet. Wow, leck. Der hat hier die ganze Zeit immer geredet. Okay, hier ist das Portal. Ich nehme jetzt einfach meine Golddinge, weil die ist auch noch mal krass. Wir können eigentlich schon in den Nedder gehen. Hier ist auch sehr viel Lava. Ja, wir können easy in den Nedder. Nur die Frage ist, ob wir in den Nedder gehen sollen. Äh, wir können ein Ding suchen. Ja, ich weiß jetzt, dass da Boden Lava ist. Aber dann, finde ich, irgendwie ist das Projekt so schnell zu Ende. Ja. Hat jemand zufällig Diamonds? Ja, wir können schon, äh, den blauen Bereich suchen. Ja, wir können so nach andere Sachen hier in der Overworld. Soll ich einfach Times a Day machen? Keine Ahnung. Hm, egal. Ja, kannst du einfach machen. Ich mach kurz. Uhrzeit, einfach Sonnenaufgang. Da müssen wir nicht schlafen.